Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Rocket League. Ähm, ja. Ich spiele gerade gegen Black Sniper. Nicht im Team-Splick, einfach so. Ranked 1 vs. 1. Ich bin mal gespannt, was da draus wird. Ich bin da mal nach vorne gefahren, mache ich ja normalerweise sonst nicht. Nur habe ich mir gerade gedacht, joa, machen wir einfach mal. Warum nicht? Dachte ich mir so. Ah, es ist auf jeden Fall trotzdem nicht sofort mal reingegangen. Es ist schon mal sehr positiv, aber jetzt geht er wahrscheinlich rein. Ja. Guter Schuss. Ja, der geht auch definitiv überhaupt nicht rein. Aber der vielleicht. Uuuuuh, nice. Wow. Damit habe ich nicht gerechnet, dass ich den so rein bekomme. Ich habe in letzter Zeit schon öfters jetzt Ranked gespielt. 1 vs. 1. Aber auch recht gut Punkte so. Oh lol. Geht der rein? Das tut mir immer so leid, wenn die dann so reingehen, so richtig billig. Auch bei Ranked. Ich bin da... Ne. Ich mag das nicht so. Hä? Keine Lust, ne? Ja. Ich habe schon mehrere Leute zu Ragequits geführt. Einfach weil ich... Ziemlich dominiert habe. Und irgendwie... Am Anfang... Halt immer gedefft habe. Loll. Was mache ich denn? Äh. Ja. Okay, er hat keine Lust zu kommen. Ach man. Das ist immer so doof. Kommt der oder kommt der? Nicht, ne. Ja, er rammt einfach mich. Ach man. Zu hoch. Ne. Irgendwie ist das gerade ein ziemlich schlechtes Match. Von uns beiden. Ich bin gespannt, ob es wieder ein Ragequits gibt. Oder einfach nur ein Quid. Eine Aufgabe. Er bleibt wieder hinten. Hat er keinen Bock mehr oder so? Ich glaube, er hat keinen Bock mehr. Irgendwie AFK oder so. Oh man. Ich habe kein Problem. So ist das. Mmh. Ich habe jetzt das erste Rang. 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 Ranglisten Punkte hinzubekommen. Yeay. Okay. Neues match. Aber ich hatte auch einen, der... Den habe ich... Äh. 6 zu 3 gewonnen. Das war ein recht gutes Spiel und der hat aber auch so geschrieben und so. Das war recht nett so. Und ich habe auch ein Spiel 18 zu 2 gewonnen. Ja, ja. 18 zu 2. Ist schon krass. Send more Cops. Das ist sogar Veteran. Also vielleicht ist er gut. Okay, der geht dran. Bisschen verkackt. Aber passiert. Just go on. Ah, das war knapp. Aber der ist nicht schlecht. Okay, die Parade war jetzt aber ziemlich schlecht. Also ich meine, sie geht wesentlich besser. LOL. Ach schade, der geht nicht dran. Ach man, was bin ich denn für ein Spacken? Warum treffe ich einfach nicht? Ich bin so ein richtiger Spacken halt in so Sachen. Ich treffe einfach den Ball nie. Äh, den Ball schon. Den Ball treffe ich sogar ziemlich häufig eigentlich. Aber ich treffe das Tor nie. Also selten. Also doch. Schon recht häufig. Aber halt, ne? Ich vermassle oft ziemlich gute Situationen. Der geht rein, der geht rein. Yes. So, dann habe ich ihn schon mal schön nach vorne gebracht. LOL. Kommt er sogar als Vorlage so gut? Nein. Yes. Puh. Zum Glück hat er ihn nicht getroffen. Konnte ich ihn gut rein machen. Nein. Okay, der geht rein. Nein, doch nicht. Yes. Yes. Aber fahrt mal im Rückwärtsgang. Ich sehe selten Leute, die das machen. Also ich mache das ja auch immer wieder. Oh. Okay, GG. Was? Ja. Ja. Oh mein Gott. Zum Glück hat er so mega verkackt. Äh. Sehr guter Schuss war das auf jeden Fall. Oh, damit hat er nicht gerechnet. Ich meine, ich auch nicht. Das war eigentlich ungeplant so, aber... Ne? Yes. Okay, da am Anfang ist er recht gut. Ich mache ihn mal nach vorne. Oh. Es könnte ein Tor werden, wenn er es gut anstellt. Wenn nicht, dann... Nicht. Nein. Ah, gut. Gut, 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 gut. Hat er gut gemacht. Aber ich habe es auch ein bisschen verkackt, so. Also ich hätte ihn da eigentlich... Ich bin da vom Gas runtergegangen. Ich dachte, ich erwische ihn so. Habe ich aber nicht. Ja, er geht drüber. Nein. Okay, da geht's fix rein. Ah. Ich verkack' gerade ein bisschen krass hart. Werde er reingegangen? Habe ich ihn getroffen? Oder habe ich nicht getroffen, den Ball? Der Ball kommt auf jeden Fall gut. Ich meine, er bekommt ihn zwar, aber... Ja. Lol. Nein. Ach, Mann. Fuck. Richtig verkackt. Egal. Alles noch drin. Alles noch drin. Alles noch drin. Da ist wirklich noch alles drin. Ich könnte jetzt auch noch, äh, keine Ahnung, wie hoch gewinnen. Was nicht so wahrscheinlich ist, weil er echt auch nicht schlecht spielt. Aber, ne? Oh, mein Gott. Aber der geht jetzt rein. Ja. Wow. Oh, nein. Ach, schade, schade, schade. Ist noch alles drin. Nur ich gehe jetzt auch mehr drauf. Oh. 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 Das war ein cooler Schuss. Ah, könnte ich noch schaffen. Ich glaube, das schaffe ich es oder schaffe ich es nicht. Schreibt es jetzt in die Kommentare. Komm, bitte, 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 geh rein. Ah, Mann. Ja. Yes, yes, yes. 23 Sekunden noch. Ich schaffe das noch. Das ist noch möglich. Ich muss es schaffen. Ey, das wäre richtig cool. Komm, bitte. Nein. Falsche Richtung, Ball. Ball, das ist die falsche Richtung. Nein. Oh, ne. Jetzt wird es nichts mehr. Aber, ne, ne, ne. Das könnte noch was werden. Wenn man jetzt einen richtigen Skillshot macht. Oh, ne. Oh. Nein. Fuck, 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 fuck. Ah, war aber ein cooles Spiel. Hm, soll ich noch eine Runde dran machen? Ah, das nervt mich gerade schon ziemlich, weil ich habe echt ziemlich verkackt am Anfang. Und auch öfters so dazwischendurch. Ähm. Nein, ich würde sagen, das war's für die Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine positive Bewertung da und schreibt was in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video und ciao.